So, dann damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, herzlich willkommen. Und zwar haben wir uns heute ein kleines neues Format ausgedacht, würde ich sagen. Wir haben nämlich auf Instagram ganz, ganz viele Fragen von euch bekommen zu den Karibikrouten. Und dadurch, dass wir jetzt ja im März 2023 die Karibische Inseltour mit AIDA gemacht haben und im November auch Mexiko und Karibik mit AIDA, ja, kamen dann natürlich auch vermehrt Fragen, welche Route uns denn jetzt besser gefallen hat und was wir empfehlen würden. Ja, und jetzt haben wir uns überlegt, machen wir generell einfach mal ein ganzes Infovideo zum Thema Karibikkreuzfahrten. Sehr ausführlich. Die Buchungssaison hat ja schon begonnen und geht es dann auch langsam in die heiße Phase für dieses Jahr, für den Winter 2024, 2025. Und auch für nächstes Jahr kann man sich natürlich schon überlegen. Und wir werfen euch auch Timestamps, also Abschnitte und Reihensätze, falls euch wirklich nur eine Route ganz explizit interessiert, dann könnt ihr da ein bisschen hinspringen. Ja, genau. Wir werden uns auf die zwei deutschen Reedereien beschränken, weil es sonst einfach den Rahmen sprengen würde. Und ich denke mal, die meisten, die uns zuschauen, sind ja auch AIDA beziehungsweise vielleicht auch ein paar Main-Schiff-Fahrer dabei. Ja, genau. Und wir werden uns auch auf die Buchungssaison 2024, 2025 konzentrieren. Wir werden kurz was zum Winter 2025, 2026 sagen. Ja, aber nur, dass ihr da Bescheid wisst, wo ihr das ungefähr einordnen könnt. Genau. Und natürlich alles ganz in unserem Rahmen, wenn wir das können. Wir waren auf zwei der AIDA-Route, waren wir mit bei. Das im letzten Jahr habt ihr auch hoffentlich fleißig verfolgt. Main-Schiff sind wir auch schon mal in Gefahr. Das aber nicht in der Karibik, auch da haben wir vielleicht ein, zwei Sachen dazu sagen können. Ja, wir haben uns auch viel mit den Main-Schiff-Routen auch beschäftigt, weil wir da auch erst noch was angeschaut hatten, was wir eventuell machen wollten. Genau. Also von dem her hoffen wir, wir können euch da eigentlich ein bisschen hilfreich sein. Genau. Jetzt fangen wir mal an. Ja, wir haben uns hier ein paar Notizen gemacht. Nicht wundern, wenn wir manchmal nach unten schauen, weil es doch sehr viel ist. Genau, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal generell mit den Routen, die wir vorstellen. Das wird einmal die Karibische Insel-Tour sein mit AIDA. Genau. Dann Mexiko und Karibik und auch noch Mittelamerika und Karibik. Bei den Main-Schiff-Routen gibt es dann auch Karibische Inseln und Best of Mittelamerika. Richtig. Das wäre auch so die fünf Routen, die wir jetzt hier in dem Video so ein bisschen kurz sehen wären. Die AIDA-Route etwas länger, etwas ausführlicher als die Main-Schiff-Route. Ja. Fangen wir mal mit der Klassiker an, mit der klassischste Route, glaube ich. Die sind wir selber schon gefahren. Das waren dann die Vlogs aus letztes Jahr März mit der Perla, falls ihr das nochmal anschauen möchtet. Genau. Möchtest du mal, was du da gut ist, sagen? Ja, gerne. Wir blenden sie euch auch hier jetzt mal im Hintergrund ein, dass ihr die Route einmal mit uns anschauen könnt. Genau, das ist die Karibische Inseln-Route. Die kann man entweder ab der Domrep oder ab Barbados anfangen. Im Winter 2024, 2025 wird die von der Perla angefahren. Das ist auch eigentlich so das Hauptschiff für diese Route. Die anderen Schiffe wären die Luna und die Bella. Da gibt es aber nur wenige Termine, wo die eben dann diese Route fahren. Und im Winter 2026 wird es dann die Soll sein, statt der Bella. Ja. Ja. Aber genau, das Hauptschiff ist einfach die Perla hier bei der Route. Genau. Richtig. Ja, und ihr seht ja jetzt schon im Hintergrund diese Route. Wir sind ja eigentlich fast die gleiche Route gefahren. Bei uns war nur ein Hafen nicht dabei. Das wäre Guadeloupe. Genau. Da fällen wir zwei Tage auf Barbados. Ja. Das ist schon nicht unbedingt üblich. Genau. Genau. Es gibt da so ein klein bisschen an Variationen. Was immer mit dabei ist, sind die ABC-Inseln Aruba, Bonn-Air, Curaçao. Wobei ihr da natürlich auch immer achten müsst, dass es manche Route auch ohne Bonn-Air gibt. Ja. Das wäre noch zu wissen. Und dann die, und was auch immer dabei ist, ist St. Lucia. Genau. Alle anderen Inseln variieren ein wenig. Gut, nach Romana, beziehungsweise die Dombra und Barbados sind logischerweise auch immer mit bei. Und da könnt ihr natürlich immer je nach Datum, was für euch dann, ja, passt, wo ihr Urlaub bekommt. Oder wenn ihr natürlich eine Reihe nach den Inseln wählen könnt, könnt ihr natürlich auch anschauen, was für eine Inseln euch am besten gefällt. Ja. Immer ein bisschen drauf achten, was da denn so dabei ist. Die Inseln variieren ein wenig. Ja. Und jetzt würde ich sagen, starten wir einfach mal, ja, ab La Romana. Genau. Geht es dann zuerst nach Aruba auf dieser Route. Ja. Ja. Was waren denn so die Highlights? Auf Aruba an sich. Auf Aruba natürlich ganz gerade Edi Beach. Ich glaube, das war mit der schönste Strand, den ich auf all den Reisen, die wir jetzt bisher an der Normamen gesehen habe. Und leider hatten wir, wie ihr vielleicht wisst, dank unseres Fluges etwas wenig Zeit auf Aruba, was auch wohl toll sein soll. Aus Erzählungen ist wohl das Schnorcheln auf Aruba. Da gibt es wohl Schiffswracks, die man besuchen kann. Die sollen wohl auch sehr, sehr sehenswert sein. Ja. Genau. Also das wäre so ein bisschen mein Highlight. Ich verspreche für uns beide. Ja. Einfach, dass ihr wisst, was man vielleicht auf den Inseln so erleben könnte. Weiter geht es dann mit Curaçao. Ja. Ja, da ist natürlich, Curaçao total bekannt, fürs Schnorcheln mit den Schildkröten. Da gibt es einen ganz tollen Strand, wo die jeden Tag hinkommen. Ja. Und da kann man ganz toll mit denen schnorcheln. Das ist so das große Highlight dort. Genau. Dann Bonn-Air. Da habt ihr ja unseren Ausflug vielleicht hoffentlich schon gesehen. Da kann man auf der einen Seite natürlich schön etwas im Norden mehr Natur genießen. Im Süden gibt es dann doch wirklich viel Wind, aber auch viel toller Strand. Beispielsweise unseren Ausflug mit dem Golfkart bietet sich da natürlich an. Kann man aber auch schon wieder Reederei buchen. Lohnt sich allemal. Eine sehr vielseitige Insel. Ja. Genau. Dann geht es weiter auf Grenada. Ja. Auch wieder ein super Schnorchelspot. Man muss generell dazu sagen, auf der Route kann man wirklich an vielen Orten toll schnorcheln gehen. Ja, mit Grenada eben auch. Da gibt es den Unterwasserskulpturenpark. Den hatten wir gebucht. Auch sehr schön. Und Grenada an sich. In der Stadt kann man auch viel unternehmen. Da gibt es einen tollen Markt, wo man zum Beispiel die berühmten Muskatnüsse aus Grenada sich anschauen kann. Oder ein Schokoladenmuseum. Also da gibt es auch einiges zu tun. Genau. Man kann an sich sagen, fährt man die Route von La Romana aus, was so der Hauptwechselhafen der Reise eigentlich ist. Ist der erste Teil, die erste Hälfte mit den ABC-Inseln plus X. Dann eher so zum natürlichen viel für den Strand. Viel für wirklich typische karibische Inseln. Und der zweite Teil, der dann meistens ab Barbados beginnt, ist schon eher sehr naturbelassen. Doch eher mehr von der Natur geprägt. Barbados als letzter Hafen, jetzt dann bei uns der ersten Woche, war vor allem toll mit dem Strand. Auch hier kann man nochmal super toll an den Strand gehen. Kann wirklich direkt vom Strand aus mit Schildkröten schnorcheln. Hat die Chance da wirklich auch toll, ein oder zwei Tage, nachdem wie lange man dort liegt, an den Strandressorts für nicht wirklich viel Geld sich eine Liege zu mieten. Wir hatten auch Mantas gesehen und auch Seesterne sogar. Und es gibt auch einen Schiffswrack. Genau. Also da auch wirklich sehr vielseitig. Genau. Und wir zeige euch jetzt auch nur wirklich mal so einen kleinen Einblick. Ja, genau. Also es gibt noch deutlich, deutlich mehr zu machen. Lohnt sich natürlich gerne vorher vor der Buchung nochmal auf zum Beispiel der AIDA-Webseite vorbeizuschauen oder auf anderen Seiten. Ja. Danach St. Vincent und St. Lucia. Die würde ich jetzt mal in eins reinpacken. Deswegen, ja, da habt ihr wirklich sehr, sehr viel Natur, ja, schöne Wasserfälle, nicht so karibische Strände, wie man sie vielleicht von den anderen Inseln gewöhnt ist. Ja, aber da kann man dann eben andere Sachen machen. Also auf St. Lucia haben wir dann auch einen botanischen Garten besucht, auch sehr interessant. Und auf St. Vincent habt ihr auch die Möglichkeit, zu einer Nachbarinsel zu fahren, nach Bequia. Dort habt ihr auch nochmal einen tollen Strand und könnt ja auch einen schönen Tag noch auf dem Katamaran verbringen. Genau. Ja. So, was wir doch was sagen können, wären dann auch Dominika und Antigua. Auch diese Inseln kann man so ein bisschen zusammenfassen, glaube ich. Und ich glaube, das große Highlight der beiden Inseln, muss man natürlich sagen, war das Schnurrüm mit den Rochen in Antigua, in Stingray City. Wirklich. Also da lohnt sich natürlich gerne nochmal ein bisschen Promotion hier auf unser Video. Guckt euch das mal gerne an, wenn ihr das noch nie gesehen habt. Genau. Wir verlinken euch die Playlist auch einmal hier oben, dann könnt ihr alles nochmal anschauen. Sehr, sehr interessant. Ja, sehr beeindruckend einfach. Genau. Und wenn ich das so sagen könnte, ist beispielsweise Guadalu. Was waren noch für Inseln, die noch alles mit dabei sind? Genau. Andere Insel wären San Martín. Da waren wir auch nicht. Ja, und dann noch Martinique. Das wären noch die drei. Also Guadeloupe, San Martín und Martinique, auf denen waren wir nicht. Ja, die wären dann auch noch mit dabei bei den Routen, je nachdem, welches Datum man da halt auswählt. Also mit Antigua habt ihr aber auch nochmal einen tollen Abschluss der Reise, nochmal einen karibischen Abschluss, sage ich mal, wo man nochmal einen tollen Strandtag genießen kann. Ja, also alles in allem, glaube ich, eine sehr beeindruckende Route und ich glaube an dieser Stelle, wir werden später mal kurz vielleicht nochmal herausstellen, für wen, welche Route denn unserer Meinung nach geeignet wäre. Das ist Karibik pur. Ja, auf jeden Fall. Wir zeigen euch jetzt hier nochmal zwei andere Routen, auch karibische Inseln, aber eben mit den anderen Inseln dann mit drin, dass ihr einfach seht, was da so der Unterschied ist. Ja. Gut, dann kommen wir auch schon zur nächsten Route. Wieder mit AIDA. Ja, wieder mit AIDA, genau. Genau, da hätten wir dann einmal die karibischen Inseln in Mexiko, beziehungsweise ich glaube, sie heißt genau Mexikon-Karibik. Ja, Mexikon-Karibik. Und das ist die Route, die wir im November letztes Jahr gefahren sind, in unserem Fall mit der, äh? Mit der Diva. Stimmt. Genau, und jetzt nächstes Jahr fährt es gleich die Bella. Ja, nächstes Jahr fährt es die Bella und im Winter 26 dann die Sol. Richtig. Und da gibt es einmal den Wechselhafen in, einmal wie wir in La Romana und der andere wäre Montigo Bay auf Jamaika. Und auch hier ist glaube ich der Hauptwechselhafen in La Romana. Genau. Und dann fängt man, kann man gehen, aber ich würde sagen, gehen wir mit der Route kurz durch und dann zählt was zu den Inseln. Ja, wir starten wieder in La Romana, dann geht es nach Oroios, also auf Jamaika. Ja, auch ein sehr, sehr schöner Spot. Da haben wir die Duns River Falls besucht, was eigentlich so das große Highlight auf Jamaika ist, wie wir auch schon von vielen gehört haben. Es gibt auch noch ein bisschen Kultur auch dort zu sehen, ein bisschen was ich mit den Rastafag auseinandersetzen möchte, die dort sehr, ja, sehr bekannt sind. Ja. Genau, also da kann man natürlich auch noch ein bisschen was Kulturelles sehen, wie man auf der Route jetzt gleich merken, noch an mehreren Spots kann. Ja. Nach Oroios kommt dann so mit, ich muss kurz linsen, genau. Das große Highlight unserer Meinung nach auf der Route, das war Cozumel in Mexiko. Genau. Und da habt ihr ja bei uns vielleicht schon gesehen, was man da denn so machen kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also da habt ihr wirklich die Qual der Wahl, würde ich mal sagen. Also ihr könnt euch entscheiden, ob ihr traumhafte Strände sehen wollt. Also Mexiko ist wirklich sehr, sehr vielseitig. Oder auf der anderen Seite natürlich euch Kultur anschauen wollt. Was wir auch nur sehr empfehlen können, wenn man schon mal dort ist, da habt ihr dann auch wieder die Wahl zu treffen, ob ihr wieder lieber in Tulum bleiben möchtet. Das ist sehr nah am Hafen gelegen, eine Stunde entfernt. Oder ob ihr, wie der Tim das auch gemacht hat, nach Tietjen Itza fahren wollt, um dann wirklich die richtige Maya-Kultur zu erleben. Wer gerne viel Bus fährt, aber nee, also ja, ich kann nur sagen, es lohnt sich. Ich glaube, egal wie, da Mayas mitzunehmen und die Kultur einfach zu sehen. Wenn man die Chance hat, da mal dann mit einem Schiff zu sein, jedenfalls sehr lohnenswert. Genau. Mit dem nächsten Hafen wird es dann auch nochmal sehr kulturell. Das wäre Belize. Da könnt ihr auch nochmal einen guten Einblick in die Maya-Kultur bekommen. Ihr könnt auch auf dem Fluss durch die Mangroren fahren. Genau. Das ist auch sehr interessant. Das haben wir ja auch gemacht und sind dann nach Lamanay gefahren, zu einer sehr schönen Maya-Städte. Es gibt auch noch eine zweite Städte dort in Belize mit Maya-Ruinen, die man sich anschauen kann. Auch da, glaube ich, einfach nach Gusto, was man lieber sehen mag. Aber ich glaube, man kann da auch, und das sieht man auch auf den Bildern, ganz, ganz toll schnorcheln gehen, ganz, ganz toll ins Wasser. Ja, da gibt es auch einen sehr schönen Ausflug, Schwimmen mit Haien und Rochen. Den würden wir dann wahrscheinlich beim nächsten Mal machen, wenn wir nochmal dort sind. Und bei Belize auch noch dazu zu sagen, dass der Hafen sehr, sehr schön ist. Das ist ja ein Tenderhafen. Und wenn man dann angekommen ist, wirklich ein ganz tolles Terminal. Man muss sagen, was man auf der Route sehr sieht, gerade in diesem Bereich Grand Cayman, was jetzt gleich noch kommt, Belize und Cozumel, das sind Hafe, die wären oft auf amerikanische Räder rein, beispielsweise Royal Caribbean, wenn sie nachher angefahren sind. Und die Amis mögen es ganz gern, nicht weit vom Schiff wegzugehen. Die finden es toll, wenn das Hafen-Terminal was zu bieten hat. Und das merkt man da natürlich schon. Man muss sagen, in Grand Cayman, das wäre jetzt dann, glaube ich, der nächste Stop. Da haben wir leider etwas weiter weg getendert. In das Grund des Wetters. Genau, in das Grund des Wetters. Und da haben wir aber das richtige Hafen-Terminal gar nicht gesehen. Aber auch das soll wohl in die gleiche Richtung gehen wie dann in Belize und vorher dann in Cozumel. Also wer natürlich gern sowas mag, auch der findet dort natürlich das ein oder andere. Ja, generell Grand Cayman ist, glaube ich, auf der Route auch die beste Möglichkeit, sich ins Wasser zu wagen und auf Schnorcheltour zu gehen, so wie wir das auch gemacht hatten. Guck mal an, ins Original Stingray City. Obwohl das erste von beiden oder mehreren, die es da gibt, muss ich sagen, für mich eine der großen Überraschungen auf der Route, die ich deutlich, deutlich weniger erwartet. Und da sieht man einfach, ja, was, das ist wirklich, also ein großes Highlighten. Das wäre so eine Insel, würde ich, glaube ich, so nochmal besuchen. Auf jeden Fall. Genau. Ja, danach hat man dann den zweiten Stop auf Jamaika mit Montego Bay. Die Ausflüge sind relativ ähnlich zu Orchorios. Ja, einfach, ist quasi direkt gegenüber, seht ihr auch auf dem Bild. Genau, also da könnt ihr auch nochmal Kultur erleben. Oder wenn ihr es bei Orchorios noch nicht gemacht habt, dann hier zu den Duns River Falls fahren. Ja. Genau, dann kommen wir nach Samana, was dann wieder in der Dominikanischen Republik wäre, mit der zum Beispiel der Bacardi-Insel, die man dort besuchen kann. Und auch hier wieder Karibik pur, was tatsächlich Domrepp echt gut bietet. Auch zum Beispiel in La Romana gibt es so tolle Ausflüge. Zum Beispiel am Abreisetag nochmal einen halben Tag am Strand zu genießen, bevor es dann ins Flugzeug geht. Ja. Das lohnt sich auf jeden Fall, auch hier irgendwie eher an den Strand zu gehen. Und soweit ich weiß, auch hier in Tenderhafen gibt es da direkt am Tenderport, wenn man quasi dann an Land ist, auch ein Stadtstrand von Samana, der auch sehr schön sein soll wohl. Ja. Genau, also da gibt es auch einige Möglichkeiten. Genau. Und mit den zwei letzten Inseln Tortola und St. Kitts hat man dann nochmal zwei tropische Ziele. Bei Tortola war die große Überraschung, auf die Nachbarinsel World in Gorda überzusetzen. Das sah wirklich aus wie auf den Seychellen, der Strand dort. Also das können wir nur wärmstens empfehlen. Und auf St. Kitts bietet sich auch eine tolle Inseltour an, einfach um die ganze Natur dort genießen zu können. Es ist eine sehr grüne Insel, ja mit einigen sehr schönen Viewpoints. Genau. Ich denke auch hier wieder zusammenfassend zu sagen, wir machen es später nochmal ausführlicher, wie gesagt. Viel Kultur, teilweise sehr karibisch, aber auf jeden Fall ein ganz großer Unterschied zu der Ruhe zuvor. Ja. Ja, dann kommen wir noch zur letzten Karibikroute, die wir euch von der AIDA vorstellen. Das ist Mittelamerika und Karibik. Die sind wir selbst jetzt noch nicht gefahren. Wir blenden euch die Route wieder im Hintergrund ein. Ja, hier habt ihr teilweise Häfen, die auch auf anderen Routen zu finden sind, mit zum Beispiel Samana oder Tortola, Samata, Antigua, St. Kitts und so weiter. Ja, also die ganze östliche Seite quasi der Karibik. Und dann habt ihr eben auch drei Anlaufhäfen in Mittelamerika. Einmal Puerto Limon, Colón und Cartagena. Genau. Also, ja, Panama ist dabei, Costa Rica ist dabei. Also nochmal so ein bisschen exotischere Ziele, würde ich sagen. Ja, da haben wir dann, was wir da nicht dabei haben, ist ja Mexiko. Das fällt hierbei dann raus. Dafür hat man natürlich dann, ja, wahrscheinlich doch, was man so sieht und was man natürlich auch sich so durchwiesen kann, und sehr viel Natur, gerade an diesen Zielen, die dann Mittelamerika abbilden. Ja, also auch hier können wir leider ganz so viel sagen. Zu den Inseln, die wir im Osten finden, haben wir ja schon teilweise was gesagt, was wir da so machen und tun können. Und das ist dann doch eher die karibische Seite der Route. Und natürlich den Abstech in Südamerika bzw. Mittelamerika. Den kann man mitnehmen, natürlich vor allem auf Natur und Tiere, die es da auch ganz toll wohl geben soll. Ja, bocker. Ja, danach kommen wir jetzt zu den Main-Schiff-Routen. Da haben wir einmal die karibischen Inseln mit Main-Schiff, heißen genauso wie bei AIDA, sind auch eigentlich genauso wie bei AIDA die Routen. Nur müsst ihr da bedenken, dass ihr die ABC-Inseln nicht im Programm habt. Das sind keine normalen Routings von Main-Schiff. Die wurden in der Wintersaison 2021 angefahren, aufgrund von Corona einfach, dass dann ein Umrouting stattgefunden hat. Aber im normalen Programm sind die eher nicht vertreten. Ja, dafür habt ihr dann wirklich die komplette Seite, die es dann bei AIDA eben verteilt gibt, bei den verschiedenen Routen. Zu den vielen diesen Inseln haben wir auch schon was gesagt. Ja, genau. Und danach haben wir noch die Best of Mittelamerika. Ja, auch die wieder eingeblendet. Ja, und das ist jetzt so die Mischung aus den zwei AIDA-Reisen, würde ich sagen. Also einmal aus Mexiko und Karibik und Mittelamerika und Karibik. Also ihr habt dann da wirklich die volle Mittelamerika- und Mexiko-Reise mit dabei. Genau. Und da haben wir ja zu Mexiko auch schon gesagt, was wir davon eigentlich so halten. In dem Fall auch wieder mit Cozumel. Ja. Und noch mit einem weiteren Stop dann. Auf Kostamaya. Genau. Auch wieder nochmal Mexiko dann mit Belize. Ja. Das war eigentlich auch schon mitgegeben, was wir davon denn so halten. Und dann geht es weiter runter Richtung weiter Mittelamerika. Ähnliche Ziele dann. Und Beto, Limon, Cologne. Und auch wieder Katagena, wo wir dann deswegen sich da ganz da unten befinden. Ich glaube, da sind da nicht so viel Karibik mit bei. Das mag die Rude, glaube ich, aber auch gar nicht abbilden. Da geht es wirklich darum, zu zeigen, was denn Mittelamerika dann so zu bieten hat. Ja. Und das sollte man gar nicht vorher auch wissen. Wenn man jetzt, glaube ich, Bock auf viel Strand und auf viel Schnorcheln hat, dann ist vielleicht die Rude nicht ganz so das geeignetste. Nee, aber für Kultur, Tierwelt, Natur ist die natürlich ganz toll. Und es sind vielleicht auch so ein paar Ziele, wo man sich vielleicht alleine auch nicht hintrauen würde, würde ich mal sagen. Und ja, es ist auch eine ganz tolle Route. Die steht auf jeden Fall auch noch bei uns auf der Bucketlist. Ja, die muss auch immer in Gefahr werden, weil, wie du gerade schon sagte, da haben wir einfach Ziele mit beißen, wo ich jetzt, glaube ich, keine ein, zwei Wochen aktuell zumindest nicht hin müsste, möchte. Das kann sich vielleicht auch noch ändern, wer weiß. Und dann ist natürlich so eine Schiffsreise immer sehr toll, dass man das erleben kann und sehen kann, wo man nochmal hin möchte. Genau. Also wir hoffen, ihr habt jetzt einen guten Einblick über die Routen bekommen, die AIDA und mein Schiff so zu bieten haben. Ich habe jetzt noch zwei Routen gefunden von AIDA, die sehr selten angelaufen werden, vielleicht ein, zwei Mal im Jahr. Das wäre einmal Karibik mit den kleinen Antillen. Die blenden wir euch einmal hier ein. Das ist auch nochmal so eine Abwandlung. Aber im Prinzip habt ihr die ganzen Häfen jetzt auch schon in anderen Routenvorstellungen gesehen. Aber einfach, dass ihr nochmal seht, was es an sich noch so gibt. Und die andere wäre dann auch noch Karibische Insel und Mexiko. Das ist eine ganz tolle Route, finde ich. Da habt ihr nämlich sowohl die ABC-Inseln als auch Mexiko dabei. Aber wie gesagt, die wurde nur ein bis zwei Mal im Jahr, wird die angefahren. Aber wenn ihr natürlich die Chance habt, da Urlaub zu machen, ja, ist das, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Route, weil ihr da wirklich einmal die Highlights von allen Routen mit dabei habt. Ja, ganz, ganz tolle Kompromiss, glaube ich, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Zu den Schiffen würde ich sagen, an diesem Punkt nochmal kurz als Einschub, bevor wir dann nochmal wirklich die Route so ganz kurz durchgehen, beziehungsweise einfach nochmal sagen, was wir da so denken zu den einzelnen Routen. Da können wir vor allem tendenziell über die AIDA-Schiffe was sagen. Die Main-Schiff-Schiffe sind tatsächlich sehr ähnlich vom Aufbau. Das Konzept bei Main-Schiff ist auch sehr ähnlich. Wir waren auf der Main-Schiff 6. Genau, in Dubai letztes Jahr, zum Anfang des Jahres. Genau, leider noch ohne YouTube. Ja, da war ihr noch nicht mehr dabei. Und man muss das sagen, ihr habt ja bei Main-Schiff all inclusive. Es ist immer alles mit bei. Und ihr habt natürlich das Entertainment sieht ein bisschen anders aus, ein bisschen andere Aktionen. Es ist einfach ein bisschen, ja, eine andere Art von Reise grundsätzlich, aber die Main-Schiff-Schiffe sind sehr ähnlich. Und wenn ihr euch natürlich nochmal genauer informieren möchtet, dann gibt es ganz, ganz tolle Videos auf YouTube. Ja, genau. Vielleicht nochmal ein bisschen einen Einblick verschaffen. Ja, grundsätzlich kann man jetzt auch nicht sagen, was wir besser finden. Es sind einfach verschiedene Punkte, die vielleicht dort besser sind. Und bei der anderen Reederei sind dann die Punkte besser. Ich denke, auf kurz oder langweilig, da ist auch noch ein Video auf unserem Kanal vielleicht mal finden. Aber bis zur gegebenen Zeit. Zu den AIDA-Schiffen, wir haben einmal die Perla, die ja die karibischen Inseln fährt. Dann haben wir, und dann haben wir die zwei kleineren Schiffe, einmal Things 1 und Things 2 Klasse. Ja, genau. Weil die sich grundsätzlich bis auf die Restaurants, ich glaube, zwei Meter Länge nicht wirklich viel streitig machen. Man muss sagen, die Perla, ich als kleiner Schiffsexperte hier, ist dann eher das Familienschiff mit dem Beach Club, mit dem dann dazugehörigen auch noch Four Elements, mit dem Fuego-Restaurant, den Wasserrutschen. Also wer, glaube ich, als Familie die Karibik erleben möchte, der findet sich auf der Perla, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr. Aber auch da ist schon mal so ein bisschen die Frage, was möchten denn eure Kinder, was möchtet ihr? Was sind vielleicht auch die Ansprüche? Geht man einfach den ganzen Tag draußen? Ja. Ich glaube, das ist vollkommen egal, welches Schiff man nimmt. Dann ist die Ruhe hier wichtiger. Ich weiß nicht, wie du das sehst. Ja, doch, sehe ich auch so. Also auf den kleineren Schiffen ist es einfach familiärer. Ja. Ihr habt halt nicht so viele Restaurants. Dafür sind es auch nicht so viele Leute auf die Crew gerechnet, muss man auch dazu sagen. Andererseits ist die Perla, ja, natürlich, da ist dann mehr los an den Seetagen. Genau, also da müsst ihr einfach schauen, was euch individuell besser gefällt. Aber wie gesagt, mit Kindern wäre schon die Perla dann das bessere Schiff. Was man auf jeden Fall noch sagen kann, Entschuldigung, dass man auf der Perla irgendwann die Leute an der Bar kennt. Ja, also genau. Das ist auch kein Vergleich zu den noch größeren Schiffen wie der Cosmo und der Nova. Das ist ja dann auch mal eine Nummer größer. Also ich muss sage, zum Schluss haben wir dann an der Bar schon gewusst, was wir möchten. Und dann haben wir es dann auch bekommen. Also wenn man da 14 Tage mit Ball ist und irgendwie ein bisschen offisch, dann kann man da auch jeden kennen. Genau. Genau. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt generell zum Vergleich der Routen. Da würde ich einfach mal beginnen mit der, ja, mit den zwei Schiffsklassen nochmal an sich. Ja, und zwar haben wir eben schon gesagt, dass die Perla eher auch was für Familien mit Kindern sind. Und da muss man auch ganz klar sagen, dass die Route da auch sehr gut passt zu dem Schiff. Ja, das ist einfach ein bisschen familienfreundlicher generell, die Route mit den ABC-Inseln. Man hat mehr Strand zu bieten. Es ist nicht ganz so tropisch, sage ich mal. Nicht ganz so viel Dschungel. Und ja, man kann auch viel mit Kindern dort machen. Also auf Aruba gibt es zum Beispiel auch einen ganz tollen Wasserinselpark. Ja. Ja, so Sachen könnte man sich dann auch noch mit einbeziehen, wenn man schaut, welche Route man lieber fahren würde. Also das wäre so ein Punkt, der eben für die karibischen Inseln spricht. Und wer natürlich Karibik pur möchte, mit Strand, mit Sonne, gut, Sonne gibt es ja überall, aber wirklich mit Wasser, mit Schnorcheln, mit einfach jeden Tag irgendwie baden. Einfach vielleicht abschalten. Ja, der ist auf jeden Fall, glaube ich, auf den karibischen Inseln sehr gut aufgehoben. Ja. Und auch als Einstiegsroute für die Karibik, weil einfach da sich vielleicht einen Überblick verschaffen möchte und wenn ich nicht ganz konkret nicht weiß, dass halt eigentlich so, ja, einfach sich treiben lassen will. Ich glaube, es ist die karibischen Inseln einfach das ganz große Highlight und ich glaube, von uns eine Empfehlung. Ja, auch generell, wenn ihr zum Beispiel Erstfahrer seid oder einfach zum Beispiel zum ersten Mal ein bisschen weiter weg, was heißt bisschen weiter, ist schon sehr weit, sehr weit wegfliegt, dann eignet sich die Route eigentlich auch sehr gut. Ja, beziehungsweise auch, ja, finden wir besser als die mit Mexiko. Ja, weil ihr einfach ein bisschen, ja, mehr zum Entschleunigen habt und mit den Zielen Aruba Bon Air und Curaçao habt ihr natürlich auch noch den europäischen Einfluss mit drin. Den habt ihr bei der anderen Route eben nicht. Liegt einfach daran, dass es niederländische Kolonien sind und dementsprechend, ja, ist es da halt einfach so ein bisschen heimischer, sage ich mal. Ja, und generell ist die Route für Erstfahrer gut geeignet für das Schiff zum Kennenlernen. Das ist wirklich so ein Mix aus allem drin auf dem Schiff. Und ihr habt bei der Route auch nicht so viele Seetage. Das ist auch noch ein sehr großer Unterschied zu der anderen Route, zu der Mexiko-Route. Drei Seetage sind es normalerweise. Manchmal ändert sich das ein bisschen nach Routeverlauf. Auch das kann für manche Leute ein Kriterium sein, zu sagen, ich finde die Route super. Manche anderen sagen, ich mag es gerne, wenn ich mehr Seetage habe. Auch da einfach als Hinweis, da sind die Seetage doch sehr begrenzt. Da sollte man sich natürlich schon überlegen, auf welcher Insta man vielleicht noch einen Seetag an Land einlegt. Das machen wir dann alles mal, dass wir dann irgendwie nur einen halben Tag rausgehen und dann irgendwie einen anderen halben Tag auf Deck liegen oder in die Benezolase gehen. Das ist kein Pro-Tipp. Dann zur zweiten Route, die wir noch ganz konkret beurteilen können, ist dann Mexiko. Also beziehungsweise sind die Routen mit Mexiko bei, was bei, vor allem mit Cozumel und Belize. Das ist natürlich eine Route, wenn man, glaube ich, viel Kultur möchte, beziehungsweise den Mix aus teilweise karibischem Feeling mit Kultur, mit teilweise auch ein bisschen Natur. Das ist, glaube ich, einfach eine sehr ideale Route, wer darauf steht. Das ist ein bisschen mein Gedanke. Ich glaube, da muss man wenig Bock haben auf Kultur und auch da ein bisschen einfach offen sein, rauszugehen und auch mal eine weitere Strecke zu fahren. Ja, dann hat man natürlich alles richtig. Ja, und wer halt auch, wie gesagt, mehr Seetage bevorzugt, für den ist die Route auch super. Wir hatten jetzt insgesamt fünf Seetage. Ja, was wirklich sehr schön war. Also nach jedem zweiten oder dritten Stopp hatten wir da einen Seetag drin. Ja, was auch schön ist, um die Eindrücke einfach nochmal besser zu verarbeiten. Genau, was man auch erwähnen muss. Und ich denke, das ist vielleicht für manche Leute auch interessant oder vielleicht auch Kriterium. Einfach einmal, ihr habt natürlich die Zeitverschiebung von Deutschland, Schweiz, Österreich, je nachdem, wie ihr euch seht. Dann hin in die Karibik, bloß auf der Route mit Mexiko. Und das müsste ähnlich sein, auch in der Route, die dann nach Mittelamerika weiterfährt. Ihr habt dreimal Zeitverschiebung. Also zum Schluss in Belize seid ihr nochmal zwei, drei Stunden nochmal weiter zurück zu der Zeit eigentlicher Abfahrtshafen. Das heißt, nachts ändert sich regelmäßig die Zeit. Ich glaube, auf der Ruhe irgendwie vier, fünf, sechs Mal. Also wer jetzt da sagt, das kommt für mich nicht in Frage oder ich kann das irgendwie auch nicht, warum auch immer, dann wäre das natürlich auch zu bedenken. Genau, ja, jetzt zum Abschluss würde ich sagen, also wir können uns eigentlich nicht so entscheiden, welche Route uns jetzt besser gefallen hat von den beiden. Uns haben beide auf ihre eigene Art gefallen. Aber wenn man wirklich zum ersten Mal in die Karibik geht und einfach dieses komplette karibische Flair mitnehmen will, dann würden wir auf jeden Fall die karibischen Inseln empfehlen. Und wer andererseits, ja, einfach mehr Kultur miterleben will, ja, auch ein bisschen die Natur genießen will und natürlich auch viel über die Maya lernen will, für den ist dann die andere Route, ja, besser geeignet. Genau, und wer schon immer mal nach Mittelamerika ganz, ganz weiter, noch weiter wollte, für den bietet sich wahrscheinlich dann Route Nummer drei an oder beispielsweise die Route mit Mein Schiff, wo man dann wirklich Mexiko plus Mittelamerika nochmal extremer mit bei hat. Genau. Ja, da müsst ihr euch einfach so ein bisschen raussuchen, auf was habt ihr Bock. Da könnt ihr auch gerne unsere Videos nochmal anschauen. Ja. Oder es gibt auch genug andere tolle Videos. Ja, genau. Das sind ja dann nicht so. Also von dem her, das wäre es glaube ich so ein bisschen zu unserem Vergleich. Ja, und damit auch eigentlich zu unserem Video, oder? Ja, genau. Wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet, sei es zu den Routen, generell irgendwelche Fragen rund ums Thema Kreuzfahrten oder auch wenn ihr irgendwie Schwierigkeiten habt mit dem Buchen oder irgendwelche Fragen zu irgendwas habt, dann schreibt uns einfach jederzeit. Könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben. Oder dir auf Instagram. Ja, auf Instagram können wir auch ein bisschen ausführlicher dann euch antworten. Genau, wir geben unser Bestes. Wir sind kein Reisebüro, wir sind noch nicht AIDA, aber wir haben vielleicht ein wenig Erfahrung und können uns ein bisschen das teilen, was wir wissen. Ja. Von dem her, wenn es irgendwelche Fragen gibt, wendet euch gerne und versuchen das bestmöglich zu beantworten. Und hoffen, dass das Video euch gefallen hat. Ja. Wir bedanken uns, dass ihr das angeschaut habt und hoffen, dass ihr jetzt einen Einblick bekommen habt. Ja, und das hilfreich war für euch. Genau. Und dann bis zum nächsten Video. Bis dahin. Und vielen, vielen Dank. Ihr wisst, wie immer, Like, ein Abo, Feedback, Kommentare. Wir freuen uns über alles. Genau. Ja, und dann bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. 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 Ciao.